Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und wenn euch dieses Video noch gefällt, hoffe ich, dass ihr unseren Kanal abonniert. Tschüss, bis dann. Kind, aufstehen! Ja, ich gehe gleich auf. Okay, Kinder, aufstehen. Die Oma hat heute Geburtstag. Alles Gute zum Geburtstag, Oma. Alles Gute zum Geburtstag, Oma. Ah, danke. Oh, ich habe noch was Gutes zu essen. Hm, schmeckt das lecker. Ja, schmeckt das lecker. Ich glaube, wir müssen wieder gehen. Es ist ja schon Abend. Oh, jetzt sind schon wieder alle weg, aber es war ein sehr schöner Geburtstag. Es ist schon spät. Geht ins Bett. Puh, das war ein anstrengender Tag, aber jetzt schlafen die Kinder. Und ich hoffe, dass euch das Video gefallen hat. Und wenn es euch richtig gut gefallen hat, dann abonniert unseren Kanal. Und jetzt froh. Danke! Vielen Dank.